Guten Morgen zusammen! Ich hoffe, ihr habt euren Tag gut gestartet. Ich bin im Moment auf dem Weg zur Arbeit und einige von euch werden ja mit Sicherheit mitbekommen haben, dass ich in den letzten Tagen immer wieder versucht habe, irgendwie mich in den sozialen Medien zurecht zu finden. In jeglicher Art und Weise. Hat übermäßig gut funktioniert, aber was mir am meisten als Problem dabei aufgefallen ist, ist das Thema Zeit. So, habe ich mit ein oder zwei von euch darüber gesprochen, war die Antwort, machen wir die. Sag ich, Leute, auch ein Video braucht Zeit. Du musst es aufnehmen, du musst es schneiden, du musst es hochladen. Sagen sie, mach nicht so kompliziert, nimm einfach Auflad hoch. Also habe ich gedacht, mache ich ein Video. Ist für mich jetzt genauso kompliziert, weil habe ich auch noch nie gemacht. Daher im Grundprinzip erstmal meine Bitte. Wenn ihr irgendwelche Ratschläge, Tipps oder sonstige Sachen für mich habt, wie man das Posten von Videos im Grundprinzip wirklich richtig macht, dann dürft ihr das gerne mal direkt mir schreiben. Ich wäre euch da sehr dankbar und ansonsten hören wir uns später wieder zum Video Nr. 2. Danke euch! Bis später! Bis dann! Bis nach!